Prinzessin Vespas Raumschiff Na, ich ruf meinen Vater an Eins, eins, zwei, wenn ich mich nicht irre Vorsicht, Idiot, ich sagte vor den Bug und nicht mittendurch Entschuldigen Sie, Sir, ich tue, was ich kann Wer hat ihn zum Kanonier ernannt? Das war ich, Sir, er ist mein Cousin Wer ist das? Er ist ein Arschloch, Sir Das weiß ich auch, ich will seinen Namen Das ist sein Name, Sir, Arschloch, Major Arschloch Und sein Cousin? Das ist auch ein Arschloch, Sir, Obermachtschütze Arsch, Philipp Arschloch Wie viele Arschlöcher sind denn noch auf diesem Schiff hier? Wir alle! Ich hab's doch gewusst, ich bin von Arschlöchern umgeben Feuert weiter, ihr Arschlöcher! Schnell, Daddy, beeil dich! Die schießen mit Laserkanonen auf uns Ich hab Angst Ich hattecję Hütschern system, ich bin von Arschloch лишь Ich bin von Arschlochĩern für xD verbeitet, Yoo-i-Gehert Und wie ichсем bin, damit sehe ich aussehen, das ist nicht so... Und wie Vielen Dank.